moin moin da melden wir uns wieder zurück da kommt sich also jetzt eigentlich schon keine ahnung dürfte irgendwie knapp über eine stunde sein warum was was willst du sagen wie scheiße man sich mal vorkommt wenn man so sagt so bis gleich drückt zweimal eine taste und dann moin 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 leute was geht so alien wie mein stuhl einfach quietscht ein bisschen knattert 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 komm auch war los ich habe gerade ein dinosaurier baby imitiert das mache ich immer so rundown easy nuke ganz jolo jetzt ganz jolo schwach von der hüfte alter die gegner sehen eigentlich ziemlich schmackhaft aus aber wir spielen gegen hanno striker for the win striker auf rundown das geht in die hose digger ich sag's dir oh gott wieso geh ich überhaupt diesen weg da ist mein gegnersteam ich kenne diesmal nicht rum alter aber die gegner skilln rum und zwar nicht nur mit noob tube und du kämpfst ja ich kämpfe was der war eben noch nicht drin striker typen ja ich mag die nicht ich mag die ganz und gar nicht ich werde gerade richtig zerbummst ich werde gerade richtig zerbummst oh mann alter bist du ihn umgebracht ja ich habe ihn umgebracht der die ganze zeit schon herum geschimmelt ne irgendwie habe ich gerade auch keinen plan von wo die gegner kommen ja feindliche aufgängungszone ist klar wo denn ich sehe sie nicht weil die immer nur ich mal auf ihren scheiß häusern rumsitzen das regt mich so richtig auf weil ich ironie alter während ich das gesagt habe sitze ich einfach auf einem haus rum unglaublich also die gegner spielen mit drohne eiskalt set niemand hat mich gesehen ich bin ein geist da gehörst du doch gar nicht hin du gehörst doch zu call of the ghosts kann ich ja noch nicht hin oh mann ich dachte meiner macht auch mal irgendwann diesen sprung nach vorne aber ohne kommando geht er wohl nicht voll uncool alter wie schnell man hier mit der striker schießen kann was war das nein warum sind da denn fünf gegner ja ist klar hast du das gerade gesehen nee quad mit der semtex oh mann da musst du doch in den feed gucken junge ich war gerade beschäftigt mit leuten töten du warst gerade mit töten beschäftigt stirbt der mal alter ich habe ihn doch habe ich ich weiß gar nicht zählen die vier kills jetzt schon zu meinem neuen killstreak oder keine ahnung ich bin gestorben und da steht eine sentry pass auf ach hier geht das ja noch stimmt hier kann man ja sentries einfach messern ich weiß grad gar nicht wo sie sind nein bitte nicht ich nehme mal einfach ein ich bin so nervös aber ich glaube die gegner geiern gerade hart ich glaube die gegner geiern gerade hart ne ich krieg halt gar nichts mehr hin ich auch nicht ich ich trage auch nichts mehr hin harrier nein was wie ging das ich habe den wo ganz anders hingesetzt ich habe mich selber umgebracht ja man digga das ist nicht cool ganz und gar nicht cool bruder oh wie mein harry jetzt abgeht man oh hund halt's maul oh wie mich das ist gerade ärgert alter hmmm freunde ne sorry hätte mich umgebracht achso jetzt habe ich bestimmt meine chance versemmelt mit drohne wäre jetzt trotzdem nicht schlecht nochmal oh junge ey das sind zu viele immer scheiße ey im busch wieder mann ich habe ihn so richtig aus dem busch rauskriechen sehen alter ja im hause ist einer fuck ey ich habe keine boah wie der rum campt alter ich habe gar keine richtige waffe mehr gerade nein nein ja was ah ah ich weiß nicht wohin jetzt bin ich tot ja 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 nein was ich lebe was ist denn hier los ich habe mich schaue schützen aber aber er ist gott von jerry um ich weiß verbündeten geiern ich habe kein geier zu ach da oh gott komm schon man alter mein harrier geht aber auch ziemlich ab ich glaube so viele kills brauche ich nicht mehr acht oder so harrier geh weg von den gegnern oh man jawoll er ist weg komm ja los ja los jo da ist sie boah 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 man hier wollte ich gerade um ich weiß ich habe es gesehen man hier will ich gerade alle töten wie sie beide pille haben und ich sie doch noch umgebracht habe ey oh oh juhu alter das bockt und behindert im kreis drehen weil man eine nuke geschafft hat bäm was ich werde gelobt seit wann geht das denn ich wurde nicht beleidigt oh der meiste volltreffer und ich benutze shotgun ja drei nukes bei einer live session kann man sich doch nicht beschweren oder nukeduell habe ich schon mal mehr als solution eigentlich sehr nukes sogar ich habe auch eine ja ah okay ich gucke nochmal ganz kurz wie viel wir ungefähr schon aufgenommen haben wir sehen uns gleich wieder tschüss so dann melden wir uns zurück zum letzten spiel in dieser live session ging doch schneller als erwartet ging sehr viel schneller als erwartet ich dachte wir haben jetzt ja so drei spiele können wir noch locker habe dachte ich habe dachte ich aber naja oh oh starter starter oh nein justin bieber wir spielen gegen den albtraum jetzt kann man modeller kimbo ja ich habe schon gesehen wie du mit einem langen dingern in der hand herum gelaufen ist jetzt bin ich gerade so wieder richtig ins crd in mw2 drin und jetzt hören wir schon wieder auf ne unglaublich schlimm ich habe mal wieder eine nuke gemacht da bin ich zufrieden ja ich habe auch drei ok leave your clan thanks hä wir sollen unseren clan verlassen ok aber warum denn wir sind zu gut für den clan was maverick achso natürlich ne das sind so pros wie ich sie liebe ne wer denn maverick schöne m21 silencer sniper na den rest kannst du dir denken ok wirst du auch fett angehittet von hinten ja ich auch ich finde es so geil mit der modell zu spielen also ok wo jetzt ja das ist wirklich ziemlich geil schießt du eigentlich gleichzeitig ne abwechselnd das hat swag wird gemessert auch auszusehen ein sturmgewehr genommen jetzt bin ich langsamer als sonst aua 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 ich will nicht sterben die fall die fall hä wieso habe ich denn die fall das habe ich nicht ausgesucht kann ich zinkriege ja sind da gleich zwei junge junge die ollen säcke was machst du denn da auch die laufen hier immer im rudel rum was machst du denn da sorry ja nein das ist so kacke dieses rüberklettern ich freue mich schon bei cd ghost auf die rüberspringer sache wie bei battlefield rübersch dann gleitet er so über die ja das ist geil ey das ist jetzt nicht sein ernst das geht erst mal ein applaus oder ein pimmel auf den tisch nicht sein ernst ja du hast ihn umgebracht so ein scheiß camper was freedom du regst mich gerade immer mehr auf sind jetzt bezüglich ich habe keine ahnung du sollst mich nicht geben Junge du ich sie alle in metzle ich wollte auch nicht hier rein jetzt kriege ich bestimmt gleich auf die fresse ja das dachte ich mir schon jedoch nicht boah wieso haben die einen harrier ich habe wirklich keine ahnung irgendwo ist hier wieder ein störer ich weiß nicht wo da oben ich habe auch ein harrier wo ist der störer nein sie sind bei c nein freedom er ist so ein rachsichtiges kind ne er ist so ein rachsichtiges kind wie kann man so eine hässliche missgeburt erziehen gibt es doch nicht vielleicht tötet mich der harry wieder ne doch nicht wie ich freedom 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 wie ich freedom einfach hasse alter Junge ich frage mich ja immer noch wie er diese akimbo waffen nachlädt ja also wie er es so schnell macht oh das sah edel aus musst du mal eingeben akimbo real life reloading ja akimbo ja äh modell 1887 kommt bestimmt was wie die normal nachgeladen wird weiß ich auch aber wie man das so gleichzeitig machen will das sah ganz richtig edel aus wie so zwei typen gekillt haben ja aber ich habe schon ein paar clips für meine montage die ich ja machen werde ey man freedom was ist mit dem typen los man hat der ein warlag an und geht nur auf mich oder was ist denn da los mit dem typen ich nicht treffe ey freedom hatte ich umgebracht keine ahnung ich achte nicht auf die namen ja aber der ist alles fett geschrieben das muss man einfach sehen einfach nur ein sohn hallo umri leko leko die spawnen doch nur bei 10 ne manchmal verstehe ich nicht warum ich nicht treffe freedom ne guckt euch an wo er gespawnt ist ey leute boah ii 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 oh schon vorbei so leute das war's jetzt erstmal mit der mw2 live session ja hat aber spaß gemacht joa es war ganz lustig und damit verabschieden wir uns beide erstmal ne haut herein leute joa tschau peace peace